Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück im Jahr 1920 bei Rule the Waves from Ironclad to Missile Edge. Ja, warum sind wir denn jetzt schon wieder im Jahr 1920? Also es geht ja nun gar nicht vorwärts. Naja, also ich habe aufgenommen und fleißig gespielt, ich habe bis ins Jahr 1931 gespielt, wo man jetzt denkt, ach, hat der Basti jetzt hier 10 Folgen aufgenommen? Nee, nee, also das waren nicht so viele Folgen. Das Problem mit diesem Startjahr 1920 ist der Versailler Vertrag. Also es gibt zwei Verträge, die man an- bzw. abwählen kann am Anfang. Das ist auch übrigens jetzt nicht das Londoner Flottenabkommen, wie ich dachte, sondern das Washingtoner Flottenabkommen. Das ist das, was wir hier verhandeln und das finde ich sehr, sehr spannend. Der Versailler Vertrag ist historisch und löst natürlich auch eine spannende Zeit in Deutschland aus. Allerdings spielen wir hier die deutsche Marine und da passiert einfach während des, ja, ich nenne es jetzt mal Diktatfriedens von Versailles, also den Restriktionen des Versailler Vertrags mit der Versenkung der deutschen Flotte ins Gapafloh und so weiter, mit der Weltwirtschaftskrise, der deutschen Hyperinflation und eben auch die Limitierung durch die Alliierten, passiert da einfach nicht viel. Das ist innenpolitisch hochspannend, diese Zeit für die deutsche Geschichte. Wir spielen aber allerdings ein Spiel, was diesen Part ja gar nicht behandelt und es führte dazu, dass ich das einfach immer nur weggedrückt habe, weil ich nicht mal einen Zerstörer oder, ja, ich habe es dann geschafft, bis 1931 einen leichten Kreuzer zu bauen. Ja, das, klar, kommt dann irgendwann die Machtergreifung der Nationalsozialisten, dann der Vierjahresplan, der Z-Plan und so, wo das dann ein bisschen in Gang kommt. Aber dann könnten wir auch das Startjahr 1935 einfach spielen, dann wären wir gleich, ja, am Anfang des nationalsozialistischen Deutschlands und würden die Flotte eben so hoch rüsten. Allerdings möchte ich einfach, um dieses Spiel auch kennenzulernen, aber es für euch auch, ja, spannend zu gestalten. Man könnte alternativ, ich spiele zum Beispiel privat gerade die USA, das spielt sich richtig geil, das macht richtig viel Spaß. Da bin ich jetzt auch irgendwie Anfang der 30er Jahre und habe eben mit diesen Limitierungen dann meine Flotte aufgebaut. Und das ist auch schon, ja, herausfordernd, sage ich mal einfach, weil wir da begrenzt sind auf die Tonnage. Aber man hat trotzdem schwere Kräfte eben noch aus dem Ersten Weltkrieg über, die man halt dann aufrüsten kann und so. Und da sind einfach ein paar schöne Spielmechaniken, die ich gerne mitnehmen möchte. Ich möchte aber mit euch Deutschland hier spielen, einfach um hier den Bezug zu Ultimate Admiral Dreadnoughts weiter zu wahren. Was wir übrigens auch weiterspielen werden, sobald dieses ganze Patche da vorbei ist. Also die haben jetzt ja echt innerhalb kürzester Zeit da viele, viele Patches rausgehauen. Und ich werde mal schauen, wie weit der Modder da jetzt ist, ob wir da jetzt mal bald weitermachen können. Und es ist eigentlich ganz schön, wenn wir bei beiden Spielen eine deutsche Kampagne haben. Und ich finde auch hier die deutsche, ich mag einfach die deutschen Kampagnen immer am meisten, muss ich einfach sagen. Aber langfristig werden wir natürlich auch andere Nationen sowohl bei Rule the Waves als auch bei Dreadnoughts spielen. Bei Dreadnoughts habe ich Japan mal so ins Spiel gebracht, falls wir mal eine neue Kampagne oder wenn wir eine neue Kampagne anfangen. Und das könnten wir hier auch machen. Also die US-amerikanische Kampagne spielt sich hier auch wirklich hochinteressant. Ja, Großbritannien könnte ich mir hier vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen bei Dreadnoughts. Ja, mal gucken. Aber darum soll es jetzt gar nicht so gehen. Wir handeln jetzt mal das Washingtoner Flottenabkommen aus. Jetzt geht es hier um das Kaliber, wenn wir das auf 10 Zoll erhöhen könnten. Aber machen wir nicht. Nein, wir nehmen das alles mal wieder so an, so wie wir das auch schon hatten. Hier geht es jetzt um die Tonnage. Das lassen wir auch mal. Final Draft Naval Arms Limitation Treaty. Ja, also die Limitierung der Tonnage. Und da ist nämlich unsere Tonnage dann auf 400.000 Tonnen limitiert. Wir werden uns einfach so als Hausregel dann, um diesen Versailler Vertrag doch ein bisschen mit reinzunehmen, rollenspielerisch, sage ich mal, dass wir das nicht ganz außer Acht lassen, werden wir uns hier einfach ein bisschen weiter runterrüsten jetzt. Aber es ist Limited 400.000 und davon haben wir 200.000 Tonnen Großkampfschiffe. Wir haben gerade 498.000, das heißt 100.000 Tonnen müssen wir abrüsten, müssen wir mal gucken. Großbritannien 560, Frankreich 330. Also das ist schon ganz schön viel, muss ich sagen. Also ich fände es ganz gut, wenn wir einfach hier noch ein bisschen weiter runtergehen, als wir müssen, um halt einfach, we can accept this treaty. So, und hier nochmal das Bild, was wir bereits kennen vom Washingtoner Flottenabkommen. Die Schlachtschiff Rheinland, die Hood, ist abgewrackt worden. Die Dünnkirchen, Benito Brin und dann eben auch hier russische Schlachtkreuzern, Schlachtschiffe. Die Yamashiro Saratoga, hier als Schlachtkreuzer später dann, ich hatte es schon mal gesagt, ein Flugzeugträger der US Navy, Ben Yi, was ist das? China, dann heißt es Chen Yuan wahrscheinlich, oder? Wer weiß. Mein Mandarin ist ein wenig eingerostet. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier abwracken, also auf jeden Fall, weil das war auch nicht so schön, wir haben zwei so alte Schlachthobel hier gehabt, vor Kriegsmodelle, also das ist einfach blöd. Das hat einfach wenig Spaß gemacht, muss ich sagen, also vor allen Dingen in einem Let's Play. Okay, ja und wir machen das jetzt mal so, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, aber ich glaube, das ist einfach sehenswerter für euch. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Event, sowas vermisse ich bei Dreadnoughts total. Also, dass man hier das Schiff, was man jetzt abwrackt, als Zielscheibe nutzt und es gab es tatsächlich so, also Kriegsschiffe, die außer Dienst gestellt werden, wenn sie nicht ins Museum gehen oder abgewrackt werden, dann werden die dem Militär weiter zugeführt als Übungsschiff, also so zum Beispiel der Schiffssicherungslehrgang, auf dem ich war in Neustadt. Das ist ein alter Kreuzer, der da an der Pier liegt, beziehungsweise ich glaube, die haben die sogar verschweißt mit der Pier, ich weiß es gar nicht. Das ist der alte Kreuzer Köln, Deutsche Marine hat ja keine Kreuzer mehr, also schon Nachkriegskreuzer, das ist jetzt nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, das Ding. Aber ich glaube, das ist auch, was später als Schulschiff Deutschland dann gefahren ist, also nicht Segelschulschiff, sondern Schulschiff Deutschland. So, und damit haben wir natürlich jetzt hier direkt mit Explosive Shells neue Erkenntnisse gewonnen. Ja, und da sind keine Waffen mehr an Bord oder so, aber da macht man dann so Brandabwehr, Leckabwehrübungen oder so, ja. Also für sowas werden die Dinger benutzt oder eben als Zielscheibe. Ja, berühmtestes Beispiel ist vielleicht die, ist das die Hipper gewesen? Nee, Prinz Eugen, glaube ich, ne? Wie andere Kriegsschiffe und Beuteschiffe auch, die bei den Atombombentests im Bikini-Atoll dann versenkt wurden. Finde ich super, dass das Spiel hier sowas drin hat. So, jetzt wollen wir uns mal konzentrieren und nicht so viel sabbeln. Ähm, ich mach mir meinen Stuhl mal richtig in den Trinken, Schluck Kaffee. Und das macht jetzt, allein die Flotte hier abrüsten, macht schon mehr Spaß jetzt als, ähm, ja. Das fasst das ganze Gameplay jetzt in der letzten Runde. So ein Schluck Käffchen, ähm, mit meiner tollen Tasse, Los Pollos Hermanos Tasse. Dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff. Wir gucken uns gleich mal unsere Schlachtkreuzer der Hansaklasse hier an. 25 Knoten ist recht wenig für einen Schlachtkreuzer. Ähm, das könnte man aufrüsten, das ist nicht das Problem. Wir haben hier die Hauptart, das ist eine ungünstige Verteilung, was ist das für ein Baujahr? 1970 ist jetzt nicht so alt. Wir gehen mal, wir gehen mal hier rein, ähm, und gucken uns das mal an. Die könnte man halt umrüsten, ja, man könnte halt hier die Türme abbauen und dann eben eine Sekundärartillerie, eine vernünftige, ähm, da reinbauen. Ähm, man könnte, ne, der heißt noch mit Kohl, man könnte die Maschine, ist vielleicht, was haben die? 11 Zoll, das sind 28 Zentimeter, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß noch nicht, ob wir so einen Turm umsetzen können, wahrscheinlich nicht. Ich würde die mal behalten, weil die kriegen wir vielleicht auf 30 Knoten, wenn wir da eine Gasturbine, ähm, äh, Öl und Turbine einbauen. Range Medium. Schlachtkreuzer Hansa. Weil, umrüsten ist jetzt natürlich, äh, wichtig, weil wir keine neuen Großkampfschiffe bauen können. Wir fangen mal mit der ältesten an, hier, der Hannover. Eine alte Dreadnought. Ich gehe direkt mal hier rein. 411 kostet die im Unterhalt. Sechs Torpedos. Naja, wir gucken hier mal rein. Da könnte man... Ah, schwierig, die umzurüsten. Warte mal, ich... Ich gucke mal eben grob durch. Da haben wir Drillingstürme, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das war die Hessen, dann haben wir die Oldenburg. Das ist ein sehr schönes Konzept. Also, allein jetzt mal von der Architektur, sage ich mal. Die läuft auch schon 22 Knoten. Die gucken wir uns gleich mal an. Die Oldenburg, da haben wir sogar drei Schiffe von. Und die Deutschland... Also, angenommen, wir behalten die Hansa. Wobei mir das nicht gefällt, dass wir hier nur einen Turm haben vorne. Können sie ja nicht rückwärts fahren lassen. Man kann dann irgendwann vielleicht... Weiß ich nicht, ob man das darf, dann auf Drillingslafetten das erweitern. 1913, das ist auch unser ältestes Schiff. Ich würde fast sagen... Gucken noch mal die Hessen. Ja, die hat hier auch noch einen Turm. Da haben wir neun Kanonen. 27.000 Tonnen. Ich würde... Die Hannover, glaube ich mal... Also, das ist auf jeden Fall ein extrem cooles... 15 Zoll. Das ist extrem cool. Also, die Hannover packen wir schon mal weg. So. So, Capital Ship. Wir müssen 46.000 Tonnen noch... frei machen. Das könnten wir zum Beispiel mit... Wenn wir die Deutschland auf den Müll schmeißen, hätten wir das dann schon. Ah, okay. Ich sehe gerade. Da weiß ich jetzt nicht. Ich mache mal Open Design for Rebuild. Das können wir machen. Ah, okay. Das ist okay. Okay. Das darf ich wahrscheinlich nicht, ne? So. Ups. Ups. Kann man das... Ah, okay. Müssen wir das dann erst deliten, oder wie ist das einfach? So. Attered, forward. Und forward superimposed. Gucken wir mal. Okay. Ah, das wird dann als Schlachtschiff umklassifiziert. Note Euphil... Ja, äh... Rebuild Error Turret A. Myratures... But not add turrets to change. Warte mal. Kann ich das increase? Ähm... You may remove... Ah, das geht nicht. Dachte ich mir schon. Ja, das wäre auch Quatsch. Also das ist ja auch nicht so wie bei Dreadnoughts, ja, dass man da alles Mögliche einfach ausbauen kann. Hier kann man die Dex-Panzerung erhöhen. Das ist zum Beispiel nachträglich gemacht worden. Bei der Hood gerade nicht, oder? Ich glaube, die wollten die verstärken bei der Hood. Und dann kam aber der Krieg irgendwie und dann kam es irgendwie dazu nicht. Das war ja dann der Grund, warum sie versenkt wurde. Aber das hat man durchaus gemacht bei älteren Schiffen, wenn die Reichweite... Man kann hier zum Beispiel die Elevation erhöhen von den Geschützen, also dass die Stallfeuer schießen können, ne? Aber gut, ähm... Das war jetzt einfach nochmal ein Versuch, ob wir den Turm... Also dieses A können wir meck machen. Hier haben wir Short. Vielleicht machen wir einfach die Deutschland weg. Na, das Short ist ein bisschen blöd. Jetzt auch nicht so tragisch, ja. Ja, wir haben ja, ähm... Also in Nord- und Ostsee und auch im Nordatlantik wäre die einzusetzen. Also... Was hat die Anpanzerung? 11 Zoll ist... Äh, 9 Zoll ist ein bisschen wenig. Das müsste man natürlich dann mindestens auf 11 erhöhen. Gun Data... Warte mal, wir gucken mal... Wir müssen noch ein bisschen auf die Munition achten. Das macht die KI auch oft nicht so gut. Und hier haben wir 8x15. Also das ist wirklich cool. Und da gehen wir nochmal rein. Und gucken mal... Ja, das muss man halt erhöhen. Also da müssen wir ran. Aber das sind drei richtig gute Schlachtschiffe. Hessen... Das sind sogar... Das ist drei oder sind das sogar vier? Zwölf mal, ja. Ja, das sind... Das sind vier Linkslafetten. Das Problem daran ist... Die kann wahrscheinlich dann nicht so viel Fahrt machen. Oder wir entledigen uns der Schlachtkreuzer. Weil das nervt mich schon, ja. Dass wir hier... Nur ein Geschütz... Aber wir können ja die Anzahl auch nicht ändern. 25 Knoten. 11 Zoll Panzerung. Die hat 11,5 Zoll. Ach, das ist ja unser Traumschiff. 12 Zoll. 13 Zoll Geschütze. Sollen wir die beiden Schlachtkreuzer wegmachen? Wir lassen es mal offen. Wir gucken erstmal, was wir bei den schweren Kreuzern haben. Also ich kann mich da ganz schwer gerade nur entscheiden. Viktoria, Luiz. Schwerer Kreuzer. 15.500 Tonnen. 8 Zoll Geschütze. 1905. Freya. Das ist die Wienette. Wir haben nur zwei Klassen. Die Viktoria, Luiz. Da haben wir zwei Türme. Da haben wir mehr. Da haben wir 12,8 Zoll. Die läuft 25 Knoten. Und hat 2000 Tonnen mehr. Hat auch eine bessere Mittelartillerie. Ich würde mal auf jeden Fall eine hier von verschrotten. Das hat jetzt hier aber nicht reingezählt, oder wie? Okay, interessant. Dann behalten wir die. Ja, dann. So. Ich habe mich gleich entschieden, Leute. 12, 13 Zoll Geschütze ist halt schon stark. Und der hat 12 Zoll Panzerung. Und hier haben wir nur 9 Zoll. Die fliegt raus. Zack. Okay. Das geht halt nicht ganz auf. Dann lassen wir das nochmal offen. Das ist das, was wir insgesamt noch abrüsten müssen. Da gucken wir uns mal die Zerstörer an. Ich sortiere mal nach Jahreszahl. Und wir sortieren mal die ältesten Schiffe einfach aus. Wir müssen erstmal gucken hier Area Overview. Ob wir irgendwie, nee. Also Kolonien haben wir jetzt trotzdem nicht. Was ich gut finde. Dann können wir 4 Zoll. Also das kann weg. Da können wir neue bauen. Scrap. Dann haben wir hier Uraltzerstörer. 500 Tonnen. Die gehen weg. Dann haben wir hier die modernisieren wir. Als schwere Kreuzer so eine Tonnage können wir nicht bauen. 1906. Was hat der? Ach, der ist. Ja, der hat ja immerhin 8000 Tonnen. Aber hier was können wir bauen gerade? An Zerstörern. 1500 Tonnen, ne? da können wir die weg hier Bauen wir uns neu auf unsere Zerstörerflotte und zwar modern fast zur Hölle. Was bist du? Okay, ein Schlauchboot oder was? So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wir bauen uns eine komplett neue Zerstörerflotte auf. Ach so, wir haben wir sind quasi schon unter der Tonnage. Ja, ist egal. Ich brauche die trotzdem nicht, diese alten Zerstörer. Fliehttonnage. Ah ja, okay. Da haben wir jetzt sogar was offen. Na, ist doch gut. Das kostet ja auch nur Geld. Dann haben wir jetzt nur alte Schiffe sind nur die hier. Ich weiß nicht, die leichten Kreuzer. Und wenn ich das jetzt scrappe, dann, das hilft mir hier nicht, ne? Ich dachte eigentlich, dass schwere Kreuzer auch Capital Chips sind, ne? Also, ich glaube, normal ist es auch so. Das ist vielleicht hier in dem Spiel nicht so. Und dann entledigen wir uns hier eines Schlachtkreuzers, der Hansa. Obwohl Schlachtkreuze halt auch einfach cool sind, ne? Weil die schnell sind. Wir nehmen ein Schlachtschiff raus. Oder was hat der für eine Panzerung 11 Zoll? Nervt mich halt mit den Geschützen. War aber gut. Wir nehmen lieber hier die Wittelsbach raus. Zack. Okay. Damit haben wir die Basis der neuen deutschen Flotte. Ich muss mich mal strecken. Dann, das ist das. Dann gehen wir mal auf Research. Wir machen alles auf Low. Also, ich habe mich natürlich offscreen echt viel jetzt nochmal mit dem Spiel beschäftigt. Bin nach wie vor noch angewiesen auf eure Tipps und Tricks. Ich trinke meinen Schluch Kaffee. Aber, also, wenn man das hier auf 12% macht, dann kriegt man einen Malus. Das Spiel sagt uns aber nicht, was das genau ist im Einzelnen. Das weiß man einfach nicht. Das finde ich eine sehr, sehr coole Mechanik. Dass man nicht einfach sagt, komm, ich gehe hier auf 12% und dann habe ich hier das maximal Beste. Du hast hier einen Nachteil. Man weiß nicht, was das für ein Nachteil ist. Bei 10% ist es okay. Also, werden wir jetzt in Friedenszeiten das mal auf 10% lassen. da wird einfach wahrscheinlich Geld verschwendet, vermute ich mal. Wahrscheinlich Verwaltungsapparate, Wasserkopf zu groß, keine Ahnung, vielleicht Korruption. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, das Spiel sagt es einem nicht. Finde ich super. Ich liebe das, wenn Spiele nicht total gläsern sind, sondern man innerhalb der Spielerschaft einfach diskutieren kann und der eine sagt, nee, ist ja Quatsch, was du sagst. Das ist gar nicht so, das ist so. Und vielleicht haben beide recht sogar, weil einfach jeder einen anderen Spielstil hat und beides irgendwie cool ist. Aber es keinen goldenen Weg gibt, so musst du es machen. Das ist dein Bild und nur den spielst du. Das ist immer eine Schwäche für ein Spiel. Wenn du Diablo spielst, hast deinen Eismagier, das ist der beste Bild, der am besten AE-Damage raushaut, dann spielt jeder diesen Bild. Dann finde ich das irgendwie kacke. Und ich finde es irgendwie geil, wenn man einfach jeder seinen eigenen Weg finden kann und alles ist irgendwie richtig und jedes hat Stärken, aber eben auch Schwächen. Und sowas erreicht man einfach mit solchen Sachen, wenn man nicht genau weiß, was passiert denn da im Hintergrund eigentlich. So, wir haben jetzt eine schöne Totalage von 100.000 Tonnen, die wir bauen können und das werden wir dann auch machen mit kleinen Schiffen. So, wir werden Schwerpunkte setzen. Also, auch das jetzt hier, ich kann auch alles auf High setzen, ja, dann hätte ich den gleichen Effekt in der Forschung, wie wenn ich alles auf Low setzen würde. Ja, also das ist kein absoluter Wert hier, also ihr sagt nicht hier 100.000 Reichsmark gehen jetzt in die Entwicklung der Maschine, Sondern das ist ein relatives Investment, also gehe ich jetzt hier auf High, dann ist alles gleich hoch, nur das ist bedeutend höher. Gehe ich jetzt hier auf Medium, dann ist alles gleich hoch, das ist ein bisschen höher und das ist bedeutend höher. Und so könnt ihr dann eben Akzente setzen in der Forschung, also es macht durchaus Sinn, alles auf Low zu setzen und dann zu sagen, was will ich extrem geboostet haben, was ist mir so mittelmäßig wichtig und der Rest bleibt halt eben auf Low und das müssen wir uns jetzt mal überlegen. Also wir haben als Deutsche Vorteile in Armour Development, das würde ich sogar mal mindestens auf Medium präferieren, weil wir jetzt mit diesem Flotten abkommen und wir haben jetzt ein Budget, das hatten wir jetzt in unserem vorigen Spiel nicht, können wir abgefahrene leichte Kreuzertypen entwickeln und wenn die eine gute Panzerung haben, dann holen wir da einfach viel raus. Des weiteren würde ich sagen, die Maschine, die macht viel Gewicht aus, also sowohl Development in Machinery als auch Armament, wir gucken mal, ja genau, Weight Savings, hier haben wir Weight Savings, hier haben wir Weight Savings immer wieder, versteht ihr? von daher würde ich hier mal auf High gehen und vielleicht gehen wir sogar auch hier auf High Gewicht sparen, sparen wir Gewicht bei einer Maximaltonnage von 10.000 Tonnen, die wir haben dürfen, bei einem schweren Kreuzer zum Beispiel, ihr seht, das ist, hier haben wir bessere schwere Kreuzer, dann können wir aber extrem schlagkräftige für diese Zeit schwere Kreuzer bauen, wenn wir Gewicht sparen. Ja, gutes Beispiel sind die deutschen Panzerkreuzer der Deutschlandklasse, von den Briten als Westentaschenschlachtschiff, also Pocket Battleship abfällig genannt, also bitte benutzt diesen Namen nicht, weil das ist eigentlich als Beleidigung von den Engländern gedacht, die Deutschen haben das als Panzerkreuzer, später dann als Schwererkreuzer umdeklariert genannt. Und da hat man eben, man musste sich hier dran halten, maximale Tonnage, allerdings das Kaliber war ein größeres, also wir hätten hier jetzt auch versuchen können auf 28 Zentimeter zu gehen, vielleicht hätte man das machen sollen, dann wären das 12 Zoll, sind 28 Zentimeter, aber wir haben jetzt nun mal hier nur 8 Zentimeter, das ist jetzt so, da müssen wir mit leben, aber da können wir dann vielleicht ja, in den 30er Jahren dann die Graf Spee bauen. Okay, jetzt überlegen wir mal weiter, ich würde nicht mehr als 4 Technologien, ich nehme mal einen Kaffee, während ich hier denke, nicht mehr als 4 Technologien auf High setzen, Das könnte man heavier dann eher mal auf Medium setzen, zu Flugzeugträgern werde ich dann gleich auch noch was sagen, Submarine würde ich mal auf High setzen, Wir haben ja echt ein cooles Schlachtschiff, was echt als gute Basis, also die Hansa und die Hessen, weiß ich nicht, wie lange die noch durchhalten, aber die Oldenburg-Klasse da, das ist eine ziemlich coole, eine ziemlich coole Basis, glaube ich, und die dann vielleicht sogar mit in den Zweiten Weltkrieg, wenn der so geführt wird, mal gucken, aber mit in die Dreißiger, vielleicht sogar Vierziger Jahre zu nehmen. So, U-Boote haben wir jetzt auf High und ich würde das auch mal auf High setzen. Dann gucken wir mal von oben durch, das ist auch wichtig. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich alles wichtig, ich würde das mal auf Medium setzen hier, aber Fire Control, das können wir halt gut, damit können wir gut diese Schiffe hier auch modernisieren. AP Projectiles machen wir mal auf Medium, das brauche ich nicht, also und Torpedo Technologie natürlich auf Medium, einfach weil wir U-Boote auch erforschen und das auch auf Medium. Ich würde nochmal ein High weg nehmen. Ich glaube wir setzen dann die Erwärten hier auf Medium. Gucken mal, was haben wir denn hier, Land Base Naval Aircraft, das ist gut, Aircraft Bombing of Ships, Enables Air Bombing, Early Air Launch, Torpedos, wir lassen es mal auf Medium, ihr könnt ja gerne hier ein Veto einlegen und das natürlich auch auf Medium und Fleet Tactics ist natürlich auch super wichtig, ne? Scouting Force Enables Separate Scouting Force with Mind Rails So, das setzen wir auch mal auf High Dann machen wir die Submarines auf Medium Und das setzen wir mal auf Low Super Imposed Beam Out Ah, okay Ja, das ist natürlich schon wichtig, also gerade leichte Kreuzer, ne, das müssen wir auf High setzen Leichte Kreuzer sind jetzt wichtig Dann setzen wir das auf Medium Dann würde ich das auch nochmal auf Medium nehmen Proof Director Secondary Director Range Finder Ah, das ist schon extrem wichtig, ne? Die nützen die besten Waffen nix, wenn du nicht triffst Weißt was, wir machen das ja auf Medium, weil da haben wir das Advanced, vielleicht hilft uns das ein bisschen. Wie viel Highs haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, das ist doch ganz gut. Also leg gerne ein Veto ein, aber das hätte ich gerne einfach, weil ich will jetzt eine extrem starke, leichte Kreuzerflotte bauen, dazu dann auch die Machinery, das Armour Development, Fire Control können wir super brauchen, um unsere Schlachtschiffe oder alle Schiffe mit Hauptartillerie halt einfach gut ausrüsten, dass die treffen, das macht total, ist total wichtig, gerade weil wir jetzt über weite Entfernungen auch kämpfen werden. Naval Guns, ja, also das ist natürlich, das könnte man auch auf High setzen, aber ich habe es jetzt einfach mal auf Medium gerne, wie gesagt, schreibt mir da ein Veto ruhig in die Kommentare. So, wir sind sogar jetzt hier im Plus, ich würde, wir gucken uns mal an, wie es in der Welt so aussieht, wir verschaffen uns in dieser Folge wirklich nur mal einen Überblick, das wird alles jetzt noch ein bisschen dauern, also wir sind hier very advanced und das war auch so frustrierend in den letzten beiden Folgen, weil wir durch unser kleines Budget halt hier immer weiter nach hinten zurückgefallen sind. Also wir haben hier schon mal Spannungen, von daher würde ich direkt da mal einen Spion, übrigens dieser Stern heißt, dass wir hier unser Spionage-Netzwerk noch aufbauen. da haben wir warte mal ja, aber die können wir ich gucke uns die mal an, ob ein Design ja, die können wir eigentlich hier auch auf den Müll schmeißen oder kann man die noch nachrüsten, Open Design for Rebuild, ja, okay, dann rüsten wir die nach, weil wir also hier Minenlege und Minensuchausrüstung brauchen, Ne, wir machen da Minensucher draus, 14 Knoten, die laufen halt noch mit Kohle, was kostet das? Ah ja, komm, Sollen wir die Maschinen hier? ich weiß nicht, wie viele Tonnen haben die, 900 Tonnen, dann können die 17 Knoten laufen, naja, was soll's, machen wir so, machen wir Rebuild Chip, so, dann haben wir hier, guck uns den mal an, Zerstörer ist das Baujahr 1915, 1.100 Tonnen, so, machen wir mal, überlegen, ne, ich mach mal hier for Rebuild, ich würde tatsächlich, das hier weg machen, und das eher so machen, 33 Knoten, Ölturbine, müssen wir mal gucken, was das kostet, ja, increase, increase, ja, und dann, gucken wir uns den mal an, hier, 1400 Tonnen, open for Rebuild, replace machinery, so, diese, gefällt mir schon besser, ja, delete, und gucken wir mal, increase, increase, aber da kann ich dann auch einen neuen bauen, oder, guck mal jetzt hier, Zerstörer, zack, ja, da können wir auch einen neuen bauen, und dann können wir das ordentlich machen, wir behalten die jetzt erstmal, aber, äh, wir rüsten die nicht um, so, dann gucken wir uns mal die leichten Kreuze an, da haben wir einmal die Medusa-Klasse, mit 5200 Tonnen, 28 Knoten, und, äh, einer Minenlege-Kapazität mit 6 Zoll-Geschützen, von 1918, ups, den kann man mal behalten, behalten wir, dann haben wir hier die Ariadna, 6 Zoll, Torpedowerfer unter Wasser, ne, da haben wir auch welche über Wasser, oder? Ne, das sind alles, äh, Überwasserwerfer, man sieht die gerade nur so schlecht, da sind sie, hat auch Kohle, 28 Knoten, ist ein bisschen langsamer, aber wenn wir die Maschine austauschen würden, Panzerung, 2,5 Zoll, ja, haben wir die Bremen-Klasse, ich glaube, die Bremen-Klasse, die kann auch weg, so, haben wir wieder ein bisschen finanzenfrei gemacht, Bremen-Klasse kann weg, Niobe, interessant, 4.000 Tonnen, 1912, die kommt auch weg, Scrap, so, ja, dann, haben wir das, 4 Schlachtschiffe, 2 Schlachtkreuzer, 3 schwere Kreuzer, 5 Leichtekreuzer, das bauen wir dann noch aus jetzt, die sind auch ein bisschen klein da, die Medusa, aber wir behalten sie jetzt nochmal, dass wir die Flotte jetzt nicht zu nackig machen, die Zerstörer, die sind okay von der Tonnage her, haben wir auch ein paar Minenleger hier, hier die Kameraden für die Ostsee, mit ihren kurzen Reichweiten, ähm, ja, dann, würde ich sagen, wir machen uns unsere Division, das erste Geschwader, wie gehabt, ja, oder wir nennen es SG, das ist Schlachtschiff, Geschwader, ich schreibe es mal auseinander, damit es ein bisschen besser lesbar ist, so, dann machen wir das zweite Schlachtschiff, Geschwader, Schlachtschiff, Geschwader, zweites SG, ich nenne jetzt hier die schweren Kreuzer, erstes, Kreuzer, Geschwader mit einer arabischen Zahl, erstes, Kreuzer, Geschwader, das sind schwere Kreuzer, ich weiß, historisch hießen die, also, zumindest bei der kaiserlichen Marine hießen die, äh, Aufklärungsgruppe, ähm, das machen wir aber für die leichten Kreuzer dann, und zwar, da müssen wir mal gucken, wir machen zwei leichte Kreuzer, Geschwader, erste Aufklärungsgruppe, erste Aufklärungsgruppe, machen wir das mal so, und die zweite Aufklärungsgruppe, zweite, so, hab ich das jetzt mit dem Punkt gemacht, oder weiß ich jetzt gar nicht mehr, nee, warte, so, okay, dann, so, Setroll zum Flaggschiff, ne, und Setroll, Flaggschiff, und das erste Kreuzer, Geschwader, gehört zum Chor von der ersten Schlachtschiffgruppe, äh, vom ersten Schlachtschiffgeschwader, erstes Aufklärungsgeschwader, Setroll, machen wir mal, Scout, so, Setroll, Scout, so, dann haben wir Zerstörer, Telefon, so, da hatte mein Handy geklingelt, wahrscheinlich habt ihr das irgendwie brummhören, ich hab das unterm Kopfhörer nicht so einfach gehört, ja, ich hab mein Handy auf Arbeit gestellt, auf Fokus Arbeit, ne, da, also sollte ich eigentlich nicht gestört werden, und, ja, so ein Werbeanruf von O2 kommt halt irgendwie trotzdem durch, jo, praktisch, ähm, naja, ich hab natürlich dankend abgelehnt, so, zurück zu, ähm, zu unseren Geschwadern, mhm, da werden wir hier gleich mal die Kommandeure festlegen, also without chips, ja, das machen wir dann gleich, ja, die Zerstörer können wir noch in Geschwader zusammenfassen, mit Minen, mit Minen, New Division, ähm, Zerstörer Gruppe Ost, nehm mal ZGO, oder ich nenn's mal Ost, dass ich das einfach, ähm, dann besser sehe in der Tabelle, dass das für die Ostsee ist, darum geht's, Zerstörer Gruppe West, ZG West, ähm, 33 Knoten laufen die alle, so, wir gucken uns noch mal den Zerstörer an, also vielleicht rüsten wir die doch noch mal um, dass wir die, denen auch die Fähigkeit zu U-Jagd geben, und hier eben so, ein bisschen hat er, dann bauen wir die ein bisschen um, also die Maschine werde ich dann nicht austauschen, 13 Monate dauert, ne, oder, Build Time doch, ja, aber da kann man echt neue bauen, ne, das macht irgendwie keinen Sinn, okay, dann haben wir das alles, dann werden wir mal die Schiffe aufteilen, das, ähm, ist hier, die, das erste Schlachtschiffgeschwader, dann die beiden Schlachtkreuzer, das zweite Schlachtschiffgeschwader, die schweren Kreuzer, ja, machen wir erst mal so, und dann haben wir jetzt was hier, erste und zweite Aufklärungsgruppe, dann ist das hier die zweite, und die erste, dann haben wir hier Zerstörergruppe West, Ost meine ich, so genau, und das ist, die passen aber nicht gerade rein, Zerstörergruppe West, es sind ja, es gehen ja nur fünf da jeweils rein, ne, oder, ich glaube es waren fünf, ne, okay, ne, dann, kommen die nach Westen, so, gut, dann haben wir das organisiert, dann brauchen wir noch Kommandeure, da haben wir die Order of Battle jetzt, ne, die sind natürlich independent, dann haben wir die Order of Battle, wir brauchen einen Commander, inkompetent, achte Schande, below average, ah, jetzt haben wir Reis oder Rollmann, nehmen wir den, Reis, keine Ahnung, werden wir sehen, das ist ein Commander, jetzt sind wir bei, der, Kreuzern, dann versuche ich es auch mal, hier mein Glück, Aufklärungsgruppe, Above Average, Kapitän zur See, Bauer, Lucky, das ist doch gut, Karpf, Zerstörergruppe, Ost, Weddingen, so, dann haben wir das, dann können wir die noch verlegen, Move Division to Northern Europe, Move Division in die Ostsee, Move Division Northern Europe, Move Division Northern Europe, Move Division Baltic, Move Division Baltic, Move Division Northern Europe, so, dann haben wir die Schiffe stationiert und organisiert, und, dann gucken wir uns noch die Doktrinen an, in dieser Folge, da werden wir natürlich die Naval Academy, das machen wir auch mal an, das würde ich mal anmachen, das ist übrigens ein Buff hier, der braucht seine Zeit, um, also der kostet einmal richtig viel Geld, der braucht seine Zeit, bis er aktiv ist, ich glaube zwölf Monate oder irgendwie so, und dann ist er aber instant weg, wenn ihr den Haken ja auch wieder weg macht, das ist ein bisschen blöd, deswegen in Friedenszeiten weiß ich nicht, also solange die, wenn es gelb wird, dann könnte man das überlegen, ja, ob man dann, ja, sich irgendwie darauf vorbereitet, dann würde ich aber auch noch zwei Schiffe in die Reserve versetzen, die Hessen, die Hessen auf jeden Fall in die Reserve, um ein bisschen Geld zu sparen, und, den, schweren Kreuzer hier, weiß ich nicht, ob man auch einen Schlachtkreuzer, ja, so ungern, weil einfach das Training der Crew, und das war ja bei den letzten Folgen, bei den letzten beiden Folgen auch so blöd, wir hatten alles in der Reserve, und dann geht halt hier die Crew auf, auf super schlecht, und das dauert dann, also bis die dann Erfahrungen haben, das dauert dann, und wenn ihr auch so wenig Schiffe nur habt, und so, das ist schwierig, ja, weil im Gefecht ist das natürlich dann ein Problem, wenn die Crew halt nicht ordentlich ausgebildet ist, wir gucken uns mal unsere Airgroups an, und da würde ich vor allen Dingen jetzt mal Flughäfen ausbauen, das machen wir jetzt schon mal, Base Overview, ich würde in Wilhelmshaven, Emton, Tönder, Danzig, Pillau, Kolberg, so, jetzt würde ich schon mal ein paar Flugplätze bauen, ach so, die U-Boot-Waffe haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ach cool, das sind keine Kurzstrecken-U-Boote, dann schauen wir mal, wie viel haben wir da jetzt, muss ich das jetzt zählen, oder sehe ich das irgendwo, ich sehe das doch irgendwo, da, 17, ich würde sieben mal in die Ostsee verlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und dann, ja, das werden wir natürlich weiter ausbauen, die U-Boot-Waffe, hierfür brauchen wir halt Langstrecken-U-Boote, das kommt alles noch, das kommt alles noch, dann, Pillau bauen wir, Kolberg, Kolberg ist hier, echt, ich habe das irgendwie weiter im Osten vermutet, so haben wir Kiel auch, Tönder, Emden ist voll wichtig, Pillau ist wichtig, mit Kolberg kann man das, also wir könnten, kann man hier die, nee, das sind die Invasion-Range, ne, okay, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, jetzt, äh, hier nochmal neu anzufangen, aber ich glaube, das macht einfach viel, viel mehr Spaß, viel, viel mehr Sinn, wir haben jetzt halt hier, nicht nur so zwei alte Vorkriegshobel, sondern, haben doch, ähm, ja, wenn auch alte, doch ein paar stolze Schiffe hier auf Lager, und, ähm, ja, wir sind jetzt ja trotzdem, sag ich mal, ähm, hier, Fliettonnetsch, äh, entspannt, sag ich mal, aber sind eben nicht ganz so schlimm mit 50.000 Tonnen oder so, also, ne, im Vergleich zu USA und so, ich denke mal, das ist, äh, spielerisch einfach ein bisschen schöner und, äh, da sind wir ein bisschen flexibler, nächste Folge steht an, eine Minensuchflotille aufzubauen, äh, einen leichten Kreuzer zu designen, und, ja, vielleicht habt ihr noch eine Idee für die Kommentare oder so, da würde ich mich natürlich freuen, ansonsten, bin ich hier raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.